Herzlich willkommen zur Cloud Ping Pong Session 24, wo wir uns über das Thema Compliance austauschen wollen. Und bevor Sie jetzt sofort wieder abspringen und denken Compliance langweilig, wir wollen Ihnen heute ein bisschen die Angst nehmen und die Distanz, die vielleicht viele vor dem Compliance Thema haben, damit wir das so nahe bringen können, dass Sie es verstehen als Vorteil für Unternehmen, für ihre Organisation. Und dafür brauche ich natürlich tatkräftige Unterstützung von meinem lieben Freund Tom. Servus Patrick. Hallo geschätzte Cloud Ping Pong Freundinnen und Freunde. Schön wieder einmal mit dabei zu sein. Ja, du hast mich direkt erwischt, Patrick. Compliance. Eigentlich wollte ich direkt fortspringen, aber das geht ja leider nicht. Also komm, sag mal, wie willst du dieses Thema angehen? Mitgefangen, mitgehangen. Wie war das so schön? Nein, also wir haben uns überlegt. Es gibt ja durchaus Vorteile, die man einfach aus dem Thema Kennenlernen der eigenen Daten, Untersuchen der eigenen Kommunikation nach außen wirklich ziehen kann. Denn es gibt viele, viele Themen, wo das vielleicht gar nicht so schlecht ist, mehr darüber zu wissen, welche Daten man erzeugt. Man denkt immer mal wieder auch an das Thema Datenschutz. Auch da wieder, oh, nicht gleich wegschalten. Aber es sind Situationen, die uns vielleicht mit mehr Digitalisierung, mit mehr digitaler Kommunikation mit unseren Kunden und Lieferanten, mit Mitarbeitern in ihren Homeoffices, es wird alles digitaler. Wir erzeugen immer mehr Daten und irgendwann will nicht nur Microsoft ein paar mehr Euros dafür haben, dass wir ganz viele von unseren Daten bei ihnen ablegen können, sondern eben auch dieses Thema Datensparsamkeit in Richtung Datenschutz muss einfach mal bedacht und betrachtet werden. Und dafür müssen wir vielleicht auch so das eine oder andere wissen. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer noch die Geschichte der Security, die wir nie vernachlässigen wollen. Denn auch Data Loss Prevention kommt aus dem Compliance-Kontext, wo wir uns einfach überlegen müssen, gibt es Möglichkeiten zu beschränken, dass irgendwie wissentlich oder unwissentlich Schindluder getrieben wird mit unseren Daten. Und dafür müssen wir uns mit der Compliance auseinandersetzen. Du hast die Daten angesprochen, Patrick. Wir müssen wissen, wo die Daten sind, wie mit den Daten gearbeitet werden. Würdest du auch sagen, dass wir vielleicht mit Compliance sogar die Transparenz oder auch die Sichtweise oder die Sichtweite erweitern können mit Compliance? Ja, ich denke schon. Also das geht irgendwo ein Stück weit alles einher. Aber bevor wir uns jetzt hier in der Theorie verquatschen, vielleicht sollten wir so ein bisschen was dazu zeigen, wieder mal um die Scheu abzubauen und nicht zu sagen, oh Gott, da kommt wieder einer mit der grossen DSGVO-Kelle oder mit irgendeinem anderen Risk-Management. Sondern wir wollen das ja nahbar ein bisschen zeigen. Und vielleicht kannst du uns da auf eine kleine Reise mitnehmen, lieber Tom. Aber sehr gerne. Im Microsoft 365-Portal, wo finden wir denn das Compliance-Center? Der einfachste Weg ist, sie navigieren nach unten zu den verschiedenen Admin-Centers und dann klicken sie auf Compliance. Startet dann ein neues Register und sie werden weitergeleitet in das Microsoft 365 Compliance-Center. Hier die erste Übersicht von unserem Compliance-Center. Das Compliance-Center hat, wie der Patrick schon erwähnt hat, ganz viele verschiedene Funktionalitäten eigentlich, wie soll ich sagen, oder viele Funktionalitäten sind Bestandteil vom Compliance-Center. So, das wollte ich eigentlich sagen. Wenn es um Compliance geht, dann ist oftmals so die Zurückhaltung da, es ist eine gewisse Angst oder auch ein gewisser Respekt ist da von Compliance. Das ist auch gut so, aber es soll keine Angst sein, weil diese verschiedenen Tools und Werkzeuge, die helfen uns. Und das erstes, was ich immer aufrufe, das ist der Compliance-Manager. Weil der Compliance-Manager, der arbeitet einmal im Hintergrund und untersucht unsere Organisation. Und bevor wir jetzt da den Compliance-Score anschauen mit 63% und dann die Improvement-Actions anschauen, bevor wir so weit gehen, was ist denn eigentlich das Ziel von Compliance? Und dazu möchte ich auf einen Artikel verweisen vom Microsoft-Dokumentationsportal. Hier wird doch sehr schön beschrieben, um was es eigentlich geht. Unter anderem geht es ja, es geht um Information Protection. Der Patrick hat gesagt, es geht um die Daten, eben die Daten, die im Homeoffice verarbeitet werden, die Daten, die vor Ort verarbeitet werden, die Daten, die in den verschiedenen Cloud-Portalen verarbeitet werden. Und diese Daten gilt es doch grundsätzlich zu schützen. Aber wo beginnt man denn überhaupt, wenn es eben um diesen Punkt geht? Und ich glaube, da haben wir eine Grafik, die sehr schön zeigt, um was es eigentlich geht. Patrick, willst du uns da mal dazu ein paar Punkte sagen zu dieser Grafik? Die Grafik soll uns ja wirklich durchführen, was wir mit diesen ganzen verschiedenen Modulen aus dem, wie immer zitierten, vielschichtigen Blumenstrauss von Microsoft 365 auch tun können. Und hier geht es im ersten Punkt dazu, wirklich die eigenen Daten mal kennenzulernen. Vielleicht als kleines Beispiel. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Kundensituationen. Da geht es darum, hey, wir wollen ein bisschen unsere Datenhaltung modernisieren. Aber jetzt ist das ja auch in Microsoft 365 vielleicht auch nicht so ganz günstig, wenn wir das alles direkt in SharePoint werfen. Wir erinnern uns, auch da gibt es erstmal nur in Anführungszeichen ein Terabyte gemeinsamen Speicher plus noch ein kleines Häppchen pro zahlendem User. Und irgendwann ist das natürlich endlich. Und wenn man vielleicht aus einer On-Premise-Infrastruktur kommt, ja, dann hortet man vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr. Das bläst dann wieder das Backup auf. Und es tut aber nicht ganz so weh, wie wenn ich jetzt eben da in SharePoint jenseits der 10 Euro pro Terabyte bezahlen würde im Monat. Und trotzdem ist eigentlich ein Kunde immer damit überfordert zu sagen, ja, was brauchen wir denn davon eigentlich noch? Was ist denn das eigentlich? Wie ist denn das sortiert? Wer hat denn da Berechtigungen drauf? Was eigentlich einem immer wieder vor Augen führt, dass dieses Thema Kennen der eigenen Daten und vielleicht auch eine grundlegende Angst, etwas wegzusortieren, was man vielleicht noch brauchen könnte, währenddessen einem aber eigentlich das Thema DSGVO wiederum zur Datensparsamkeit erzieht. Also es ist irgendwie, steht das so ein bisschen im Widerspruch. Und vor allem anderen steht eben dieses Thema Know Your Data. Das können wir bei vielen Unternehmen einfach mit, wissen wir eigentlich nicht so wirklich, was wir da haben, womit wir es da zu tun haben und was wir davon noch aufheben müssen. Und das wäre eben irgendwo der erste Schritt, wirklich sich mit seinen Daten auseinanderzusetzen, vielleicht mit den ganzen Mechanismen und Automatismen auch in Microsoft 365 auseinanderzusetzen, um die eigenen Daten ein bisschen besser kennenzulernen. Oder was meinst du? Genau. Ich würde sagen, es ist genau der Punkt, weil oftmals ist es doch so, und ich zähle mich dazu, wo man sagt, ja, ich lege diese Datei irgendwo ab und vielleicht brauche ich sie ja nochmals. Und zehn Jahre später hat man keine Ahnung mehr, dass man diese Daten dort nochmal irgendwo abgelegt hat. Und ja, ich zähle mich auch dazu. Und ich glaube, ein erster Schritt, um mal wirklich zu wissen, welche Daten sind noch vorhanden, das ist das Fundament. Weil, was will ich denn schützen, wenn ich gar nicht weiss, was vorhanden ist? Das ist doch die grosse Herausforderung. Aber ich glaube, das ist auch der erste Effekt, wo viele doch zurückschreckt. Wo man sagt, oh, Daten, ja, wo soll ich denn da beginnen? Wie beginnt man denn da? Ich würde an der Stelle vielleicht damit beginnen, wirklich auch die interne Struktur mal anzuschauen und die Struktur in Sachen, was wird an Daten von wo erzeugt, von wem erzeugt, für wen erzeugt. Und dann gehen wir ja wirklich in diese Richtung, dass wir Daten strukturell sinnvoll ablegen wollen. Und jetzt ist die Frage, was stellt uns das Compliance Center hier für Werkzeuge zur Verfügung, um diese Daten wirklich anzuschauen, um sie zu klassifizieren? Gebe ich dir recht, ist ein erstmöglicher Weg. Eben, wie legen wir die Daten ab? Würdest du aber auch unterschreiben, dass es auch wichtig ist, die Daten zu priorisieren? Weil nicht alle Daten sind ja irgendwie gleich. Ist jetzt das Dokument A gleich wichtig wie das Dokument B? Sind Mitarbeiterverträge wichtiger als eine Offerte oder ein Angebot, das man einem Kunden ausgestellt hat? Ich glaube, diese Fragen muss man sich doch auch stellen, weil wenn wir diese Frage geklärt haben, was ist denn schlussendlich wichtig, dann können wir ja im Microsoft 365 Compliance Center mit diesen sogenannten Labels arbeiten. Die Labels übernehmen dann für uns ja die Arbeit, dass wenn wir sagen, okay, wenn ein Dokument ein Keyword, also ein Schlüsselwort enthält wie Angebot oder Vertrag, einfach so knackige Schlüsselwörter, dass dann automatisch ein Label hinzugefügt wird. Das wäre doch auch ein Punkt, den man unbedingt mit einfließen lassen sollte. Oder was denkst du dazu? Not all data are created equal oder wie war der Spruch? Definitiv. Also es gibt ja unterschiedliches Schutzniveau. Und auch da wieder der Hinweis Richtung DSGVO. Ob das jetzt Patientendaten an der einen Stelle sind oder eben Dinge, die personenbezogene Daten enthalten etc. Da gibt es natürlich unterschiedliches Schutzniveau, was ich dann eben auch gewährleisten muss. Und da hast du natürlich völlig recht, dass das Thema Labels, was man eben händisch in den entsprechenden Office-Applikationen anwenden kann oder auch im Explorer respektive Finder, wenn per OneDrive synchronisiert, man anwenden kann oder auch natürlich im Browser mit den entsprechenden Funktionalitäten, die man bei der Definition dieser Labels natürlich hinterlegt. Wir werden uns an einer anderen Stelle noch damit beschäftigen, dass ganz, ganz viele von diesen Funktionalitäten gerade zum Schützen von Daten auch damit einhergehen, dass diese zunächst grundlegend verschlüsselt werden, dass eben auch ein paar mehr Features vielleicht möglich sind, als das mit einer klassischen Datei möglich wäre, weil wir in der Lage sind, dadurch, dass bei jedem Öffnen entsprechende Verifikationen durchgeführt werden, hat derjenige denn überhaupt noch Berechtigungen, wenn vielleicht ein Freelancer längst ausgeschieden ist, aber irgendwo auf einem USB-Stick noch eine Datei rumfliegt, werden wir uns mit dem Thema Azure Information Protection in einer eigenen Session nochmal auseinandersetzen. Hier, wie gesagt, das Thema Labels. Gibt es ja Auto-Labeling, wieder mal Teil von Azure Information Protection Plan 2, soweit ich mich entsinne, und eben das manuell klassifizieren, wenn ich eben sage, ich erstelle jetzt einen Vertrag, dann vergebe ich in Word, vergebe ich das Label eben von Hand. Darauf wurde es hinaus, richtig? Richtig, ganz genau. Weil es wird oftmals diese Labeling-Funktion, das wird oftmals mit, ich sage jetzt mal, mit amerikanischem Gedanken irgendwie vermixt. Ich möchte das schnell erklären, wenn ich Labels höre oder wenn ich Markierungen oder Priorisieren von Dokumenten höre, dann kommen mir immer die Krimiserien in den Sinn, wo es dann heisst, ja, diese Datei ist private oder die ist top secret oder die ist, ja, wie ist das? Confidential. Ja, genau, confidential, ja, das kam mir auch noch hin, wollte ich eben noch sagen. Und ja, das wird immer genauso verglichen. Es geht gar nicht in diese Richtung. Es geht darum, eben den eigenen Wissensstand zu erweitern und einmal zu definieren, was ist uns wichtig, was ist schützenswert und auf was können wir allenfalls verzichten, um einen Schutzmechanismus einzurichten. Also, wir sind bei Know Your Data, Protect Your Data, eben verschlüsseln oder mit Labels arbeiten und wenn wir diese beiden Schritte abgeschlossen haben, dann ist das, was du auch schon erwähnt hast, Patrick, dann geht es doch zu Prevent Data Loss, also das eben halt mal nicht versehentlich etwas die Organisation verlässt. Und ich möchte da etwas schnell sagen, Data Loss Prevention, da geht es nicht darum, dass wir 100% gewährleisten können, dass keine Daten abfließen, weil das haben wir auch schon diskutiert, man kann mit einem Smartphone ein Foto machen, man kann ein Screenshot erstellen. Es geht bei Data Loss Prevention darum, dass die ehrlichen Personen ehrlich bleiben, dass die ehrlichen Personen nicht versehentlich Daten abfließen lassen und um das geht es. Wir wollen, dass die ehrlichen Personen ehrlich bleiben, weil diejenigen, die böswillige Absichten haben, die können es immer machen und ich glaube, da sind wir uns einig, Patrick, oder? Das ist definitiv so. Ich glaube, wir haben in einer anderen Session auch schon mal von der Spycam von James Bond irgendwo im Sockenhalter gesprochen. Das gibt es aus den 60ern auch alles schon. Und das hat sich null verändert. Es geht ja wirklich auch wie in der Grafik beschrieben um das Thema Accidental Oversharing. Also wir haben auch da schon darüber gesprochen. Jetzt haben nicht alle so wundervolle Namen, wie wir sie haben. Und vielleicht gibt es Namen auch mal öfter und es gibt Überschneidungen in der Kommunikation extern. Alle Benutzer sind so flink, weil sie vielleicht auch in Hektik sind. Vielleicht auch mal eine Autovervollständigung im Anfeld in ihrem Outlook zu verwenden. Und dann war es halt, keine Ahnung, der falsche Thomas Schmidt oder wer auch immer. Also das sind einfach Dinge, die sehr ähnlich sind auf der anderen Seite, vielleicht dann doch mal den falschen Empfänger haben. Und auch darüber haben wir schon gesprochen, dann im Outlook mal schnell auf Rückruf zu drücken. Da kriege ich vielleicht einen Rückruf, weil mir irgendeiner dann doch sagt, das Mail kam bei mir an und die Datei, die dann ja auch in Disclaimern unten unter der Mail in meterlangen mehrsprachigen Texten verfasst ist, man möge es doch bitte löschen, wenn es nicht für einen bestimmt war. Alles nett gemeint, hilft einem im Zweifel aber auch nicht. Genau, kommt's, genau. Und wichtig vielleicht noch Thema DLP, auch dass man da nochmal damit aufräumt, es geht nicht immer um Kreditkartennummern und Social Security Nummern, sondern das sind eben alles Themen, ja, da kann man eine tolle Demo draus machen, indem man dann irgendwie sowas in der Gegend rumschickt. Aber das ist so flexibel, das System, dass man wirklich auch, wenn man vielleicht in einer Softwareabteilung, Softwareentwicklungsabteilung ist und davon ausgeht, dass die Skripts, die man dort vielleicht schreibt, nicht das Licht der Öffentlichkeit sehen sollen. Vielleicht könnte man den Filter ja auch auf sowas abbiegen. 100 Prozent, genau. Da bin ich ebenfalls ganz bei dir. Und ich glaube, das ist dann auch mal noch eine weitere Session wert, dass man das mal zeigen kann. Weil da wird immer mit diesem Klassiker gearbeitet, das sehe ich überall immer. Das Beispiel mit den Kreditkarten, aber was das noch alles zu bieten hat, wie du das angesprochen hast, das geht eben oft vergessen. Und ich glaube, dann ist eben der letzte Schritt da, dass man sagt, okay, jetzt haben wir unsere Daten ermittelt, wir schützen sie, wir versuchen den Daten, den ungewollten Datenabfluss zu verhindern. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass wir sagen können, nein, wir wollen die Daten für eine gewisse Zeit unbedingt behalten. Ich spreche da von den Aufbewahrungsrichtlinien. Oder wir sagen, nein, wir sind uns dessen bewusst, dass die Daten, die zehn Jahre alt sind, dass die automatisch gelöscht werden, damit wir da nicht einen Datenmüll generieren. Ich glaube, das ist so der letzte Punkt, wie es hier beschrieben wird in dieser Grafik. Siehst du das auch so? Unbedingt. Also dieses Thema Löschen von Daten, die man einfach nicht mehr braucht. Weil mit Daten kommt ja auch eine Verantwortung. Und das fängt an bei so einfachen Sachen wie Initiativbewerbungen. Spreche ich dann immer gerne mal so das Mailarchiv an, wenn man da so einfache Modelle einsetzt. Dann ist das halt da drin und kriegt man das da auch nicht mehr raus. Und das ist im Zweifel auch eine ganz blöde Situation. Und wenn man solche Bewerber vielleicht dann auch noch irgendwo in einem OneDrive ablegt, dann muss ich auch die Dokumente da rauslöschen. Und wenn ich einfach ein Nabel dran klebe, Bewerber abgelehnt und ich möchte den nicht in meinem Bewerberpool haben beziehungsweise habe mir die Einverständniserklärung dafür nicht eingeholt, dann wäre es doch ganz schön, wenn man Automatismus daran knurrt und der besagt, dieses Dokument zerstört sich von selbst in den nächsten 30 Sekunden. Das wird super nach Mission Impossible haben. Ich bin jetzt irgendwo bei diesem Film hängen geblieben. Was hast du nochmals gesagt? Nein, lassen wir das. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine kleine, ganz kleine Frage, weil ich werde jetzt extra vorgreifen, weil sonst wird mich nämlich der Patrick fragen. Ja, Patrick, wenn wir jetzt mit diesen tollen Features dann schlussendlich arbeiten wollen, die wir ja dann auch noch detailliert erklären, was bedeutet das denn lizenztechnisch? Keine Ahnung. Nein. Also wir haben extra vorher nachgeschaut. Es gibt ja einen tollen Quickie von uns, beziehungsweise einen Shortcut von uns für das Thema Microsoft 365 Lizensierung. Und für das Thema Compliance, je nachdem natürlich, welches Modul man einsetzen möchte, gibt es ein paar Basisfunktionalitäten in Business Premium und auch in E3, Office 365 E3. Und wenn man wirklich aus dem Vollen schöpfen möchte, kommt man leider nicht umhin, sich das E5 Compliance Add-on zuzulegen. Irgendwo im Bereich 8 bis 9 Euro kann man da rechnen, pro User, pro Monat. Und dann hat man aber wirklich die volle Gießkanne und kann da mit der grossen Kanone auf die Daten losgehen. Das ist dann, wie du es so gerne sagst, das wäre dann die Bazooka-Methode, oder? BFG 9000. So in etwa. Wenn wir schon bei den Lizenzen sind, was ich oftmals auch höre, ja, wieso soll ich jetzt in eine solche Lizenz investieren? Warum erwerbe ich nicht oder kaufe ich nicht eine Cyber-Risk-Policy von einem Versicherungskonzern? Kann man das so vergleichen? Also Punkt eins, das löst ja nichts, sondern das ist ja mehr so dieses Thema, naja, ich versuche mir mal einen doppelten Boden einzuziehen. Aber wir versuchen es ja bewusst so zu positionieren, dass auf der einen Seite ich eben wirklich die Chance nutzen sollte, um meine eigenen Daten kennenzulernen, weil selbst die Daten, die vielleicht irgendwo in der Ecke schlummern, wenn dann doch die Ransomware um die Ecke kommt, ich mir doch irgendwie was einfange und diese Daten vielleicht jetzt, ja, verschlüsselt brauche ich vielleicht nicht mehr, aber vielleicht sind sie abgeflossen. Und vielleicht ist da doch was drin, was dann doch nicht die ganze Welt sehen sollte. Und ja, dann kommt die Cyber-Risk um die Ecke und vielleicht erstattet sie mir was davon, aber der Schaden ist ja da. Und es geht ja nicht nur um monetären Schaden, es geht um Image-Schaden, es geht um Systemausfall, es geht um sonst irgendwas. Und da beobachten wir zumindest jetzt die positive Bewegung, dass das, was vielleicht vor zwei, drei Jahren mal angefangen hat, mit jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt eine Cyber-Risk irgendwie um die Ohren gehauen, und dass eben die Versicherer daraus auch gelernt haben und sie doch ein bisschen mehr regulieren mussten, glaube ich, als sie irgendwie wollten, sodass die Versicherer dort eben hingehen mit relativ detaillierten Auditierungen im Vorfeld von solchen Policen, die eben auch dafür sorgen müssen, dass einfach ein gewisser Grundschutz eingehalten wird, BSI-Grundschutz ist da vielleicht sogar das Stichwort, dass der eine oder andere IT-Security-Mechanismus in den Organisationen vorhanden ist, sonst gibt es keine Police, Punkt. Das heisst, da greift das eigentlich mittlerweile, glaube ich, das auf, was wir hier auch so ein bisschen proklamieren. Grundschutz ist notwendig, Grundschutz muss man haben und on top vielleicht eine Cyber-Risk, weil es gibt keinen hundertprozentigen Schutz und dann macht das wieder Sinn und dann wird da auch ein Schuh draus. Genau, perfekt, absolut. Ich sehe das so an, dass die Investition in diese Lizenz hilft uns doch, unsere eigene Sichtweise zu erweitern, dass wir unsere Organisation noch besser verstehen, dass wir unsere Daten noch besser verstehen, dass wenn wir eben das, was du angesprochen hast, wenn die Versicherungsorganisation ein Audit durchführt, um dann die Cyber-Risk-Policy ausstellen zu können, haben wir doch die Möglichkeit, die Fragen besser zu beantworten, weil wir durch die Investition in diese Lizenz uns besser, ich sage es mal, uns besser selber kennenlernen konnten. Jetzt hört sich das an wie ein eigenes Coaching. Nein, aber es geht ja wirklich, es geht ja genau in diese Richtung. Mit diesem Werkzeug erhalten wir mehr Informationen, wir können die Fragen vom Versicherungskonzern beantworten und erhalten dann, wie du es gesagt hast, top auf unserer eigenen Infrastruktur, die wir schon mittels Compliance-Werkzeugen sicherer gemacht haben, noch einen zusätzlichen Versicherungsschutz. Ich glaube, das wäre doch die ideale Kombination. So sehe ich das auch. Und jetzt lass uns in die Praxis einsteigen. Das ist doch mal ein Wort. Also, dann geht es zurück zu unserem Compliance-Center, Microsoft 365 Compliance-Center. Und für mich ist das erste Werkzeug, das ist der sogenannte Compliance-Manager, den ich da sehr gerne aufrufe, weil der Compliance-Manager arbeitet im Hintergrund. Er untersucht unsere Infrastruktur, beziehungsweise unsere Microsoft 365 Infrastruktur. Da sehen wir übrigens einen schönen, grossen Werbebanner, den lassen wir mal weg und wir navigieren nach unten und sehen dann den eigentlichen Compliance-Score. 63%. Hm, sieht jetzt noch nicht so viel aus, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben 914 Punkte erreicht von möglichen 8029. Microsoft hingegen hat von 11.521 Punkten alle Punkte erreicht. Das wäre ja auch zu verwundern, wenn es Microsoft nicht schaffen würde, seine eigene Punktzahl zu erreichen. Gut. Also, über den Compliance-Score, wie das Ganze zusammengerechnet wird, da können wir uns später drüber oder in einer anderen Session noch weiter drüber unterhalten. Wir erhalten aber mit diesem Score schon einmal einen ersten Eindruck. 63% ist mehr als die Hälfte, schon mal nicht schlecht. Aber wie können wir jetzt diesen Score, wie können wir das Ganze verbessern? Müssen wir jetzt da alle Informationen irgendwie selber aus dem Ärmel ziehen? Nein, müssen wir nicht. Weil es gibt, wie sagt man, es gibt Recommendations, auf Deutsch. Empfehlungen. Empfehlungen. Danke, vielen Dank. Genau, es gibt die Empfehlungen. Und die Empfehlungen, die finden wir direkt hier im nächsten Register, Improvement Actions. Und diese Improvement Actions, die sollen uns helfen, dass wir den Score verbessern können. Diese Improvement Actions sind kategorisiert. Das heisst also, es gibt in den unterschiedlichsten Kategorien die unterschiedlichsten Empfehlungen. Und wir sehen zum Beispiel einen ersten Hinweis. Control Access. Da sehen wir Enable Self-Service Passwort Reset. Wenn wir jetzt diese Empfehlung abarbeiten, können wir unsere Punktzahl erhöhen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir eine Empfehlung abgearbeitet haben, das wird den Secure Score nicht sofort verbessern. Da braucht es manchmal 24 Stunden, bis der Secure Score dann schlussendlich neu berechnet wird. Also man muss einfach etwas geduldig sein. Sie sehen, diese Auflistung ist sehr detailliert. Was ich oft anschaue, das sind die verschiedenen Kategorien. Wir haben Control Access, Managed Devices, Protect Information. Also Sie sehen die verschiedenen Kategorien. Und wenn Sie hier sich die Zeit nehmen, das Ganze durchzugehen, dann können Sie die einzelnen Punkte abarbeiten. Immer mit Rücksprache, selbstverständlich auch mit dem Team. Was kann umgesetzt werden, was nicht. Und das ist eben das Ziel schlussendlich, dass wir den Secure Score verbessern, dass wir den Secure Score erhöhen. Patrick, zum Secure Score, was denkst du, hilft dir das, diese Information, diese Grafik, um ein, sagen wir mal, ein erstes Gefühl zu erhalten, wie es um die Compliance steht, der Organisation? Ja, ich finde ihn ein bisschen, ein bisschen mehrdeutig, weil die 63 Prozent könnten mir an der Stelle eben erst mal signalisieren, dass das doch gar nicht, du hast gesagt, mehr als die Hälfte, passt doch. Aber wenn man sich eben dieses Your Points Achieved unten anguckt, dann sind wir eher bei 10 Prozent, weil der Rest geht ja auf das Konto von Microsoft. Aber natürlich muss man sich die Empfehlungen im Detail nochmal ansehen. Nicht alle machen Sinn, aber da sind eben schicke Sachen dabei, wie eben beispielsweise Legacy Authentication abstellen und all diese Sicherheitsinstanzen. Aber wir wollten ja auch über Compliance reden. Und da, denke ich, sind da schon so ein paar Nuggets dabei, ob das jetzt IAM ist, also das Thema Rights Management oder eben auch Richtung Arbeitsplätze, dass man irgendwo Lockscreens einbaut und so weiter. Also es ist schon ein sehr, sehr vollumfänglicher Report, über den wir hier reden und der eben viel auch aufzeigt, wo vielleicht wirklich der Hase dann irgendwann auch im Pfeffer liegt. Also Dinge, die einfach, ja, nicht so auch optimal im Standard in einem neuen 365-Tenant vielleicht konfiguriert sind, wie sich Microsoft das selber dann irgendwann vorstellt. Aber du hast es gesagt, man muss es eben auch abstimmen. Man kann jetzt nicht überall sagen, naja, einschalten, 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 sondern es gibt eben unternehmensspezifische Vorgaben, die einzuhalten sind. Man kann die Dinge auch nicht manchmal immer nur einschalten, sondern man muss sie konfigurieren. Und da ist es definitiv so eine Strickleiter, an der ich mich einfach entlanghangeln kann und Punkt für Punkt abarbeiten kann. Das ist doch besser, als wenn ich da so vor einem leeren Blatt Papier sitze und gar nicht weiß, wo ich beginnen soll. Genau, ganz genau. Also, ich sage auch, man soll sich da einfach mal ja, einfach mal umschauen, einfach mal einen ersten Eindruck erhalten, ein erstes Gefühl zu generieren, was es eigentlich bedeutet. Weil es ist eben genau so, dass das Wort Compliance, das schreckt einfach sofort ab. Und man denkt, oder oftmals referenziert man auch Compliance direkt mit extrem viel Arbeit. Das heisst dann, ja, wir brauchen da so viel Manpower. Ja, es braucht immer irgendwo Manpower, aber man muss es halt koordinieren. Du hast jetzt angesprochen, eben, wir sind ja beim Thema Compliance und da werden wir jetzt Vorschläge gemacht, wie Enable Self Service Passwort Reset. Da gibt es eine Möglichkeit, dass man da etwas strukturierter vorgehen kann, um Informationen zu finden. Und zwar, wenn wir uns die Solutions anschauen. Das ist doch eher wieder das, was uns ja eigentlich interessiert. Das heisst, wir können nach spezifischen Kategorien uns entsprechend informieren. Klar interessieren wir uns für Azure. Wer interessiert sich nicht für Azure? Ich, also gut, ich muss jetzt aufhören. Wir sind beim Thema Compliance. Also ich würde ja noch sagen, dass uns doch das, die Solution oder ich sage jetzt mal Solution oder das Thema Azure Information Protection interessiert uns doch. Da sind wir uns einig, oder? Auf jeden Fall. Dann gibt es hier 189 Punkte, welche erreicht werden können. Was müssen wir denn aber jetzt machen? Dann navigieren wir doch einfach mal zu dieser Zahl. Da steht Remaining. Und dann ist es abgeschnitten. Wahrscheinlich Remaining Actions. Genau. Dann navigieren wir zu dieser Zahl. Und aha. Ja, jetzt erhalten wir die Auflistung zu den Empfehlungen zu dieser Solution. Und das ist ja das, was uns interessiert. Uns interessiert ja Compliance. Und jetzt in diesem Fall ist es eben die Solution, die wir aufgerufen haben, Azure Information Protection. Und jetzt erhalten wir die Auflistung. Also grundsätzlich kann man sagen, wir navigieren zu den Improvement Actions und arbeiten dann mit den Filtern. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir diese Informationen aufbereiten können. Ich finde einfach sehr hilfreich, dass man zuerst einmal sieht, was gibt es denn alles für Solutions? Weil das erweitert wieder die Sichtweise. Ich sehe dann zum Beispiel Azure Security Center. Ah, das würde mich dann persönlich auch noch interessieren. Wie wir dort Data Protection Baseline, das ist die Regulation, was wir dort umsetzen können. Dann haben wir Communication Compliance, Compliance Manager. Data Classification. Oh, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo es um Sensitivity Labels geht. Was hat uns da das Portal zu bieten? Das sind zwei Vorschläge, zwei Recommendations, die uns da bald angezeigt werden. Und wir haben hier die entsprechende Information. Create, customize or build in trainable classifiers. Oh, sagt dir das was? Trainable classifiers? Da wirst du uns jetzt sicherlich ein tolles Beispiel dazu liefern. Sensationelles Beispiel. Also wirklich ein super, super Thema. Muss ich schnell ausholen. Ich kann da gar nicht. Sie müssen sich jetzt das einfach anhören. Nein, okay. Wir haben die Möglichkeit, unsere eigenen sensitive Infotypes anzulegen. Das werden wir später sehen, wie das funktioniert. Es gibt aber die Möglichkeit, dass wir das Portal trainieren können. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie haben in Ihrer Organisation Dokumente, die sind immer gleich aufgebaut. Angebote, Rechnungen, Verträge, die sind immer gleich aufgebaut, sind standardisiert. Das können Sie dem Microsoft 365 Portal beibringen. Wie genau diese Daten aussehen. Sie können diese Daten, diese Dokumente hochladen. Und Sie können dann auf Basis von diesen Informationen durch diese trainable classifiers Regeln einrichten, wo das Portal dann erkennt, Moment mal, das sind Daten aus der Organisation. Die gilt es beispielsweise zu schützen. Und die anderen Daten sind nicht direkt aus unserer Organisation. Weisst du, worauf ich hinaus will? Ja, vor allem, wenn wir dann wissen, wie das aussieht, dann sind es ja eben auch Dinge, die wir an verschiedenen Stellen wieder einsetzen können, um Zusatzfunktionalitäten zu nutzen, wie darf das dahingeschickt werden? Und was soll damit passieren, wenn so ein Dokument irgendwo abgelegt wird? Soll es beispielsweise verschlüsselt werden? Also das sind ja alles Vorbereitungsmaßnahmen für weiterführende Funktionalitäten aus diesem Package. Genau, ganz genau. Ein Punkt vielleicht noch schnell, welches es zu erwähnen gilt, wenn Sie das einrichten wollen, diese trainable classifiers, es braucht eine gewisse Minimumanzahl an Dokumenten, mindestens 200, und es braucht fast 10 Tage, bis das Portal all diese Informationen abgearbeitet hat. Und ganz wichtig, je mehr Daten Sie liefern können, umso besser, umso zielgerichteter kann dann das Portal arbeiten. Das sind eben diese trainable classifiers. Gut, jetzt habe ich etwas ausgeschweift, oder bin etwas abgeschweift, gehen wir nochmals zurück zum Compliance Manager, zu den Solutions. Ich glaube, wir haben hier die Idee erhalten, wie wir uns informieren können zu den einzelnen Solutions, sodass wir die verschiedenen Massnahmen nicht selber irgendwie zusammentragen müssen, sondern wir erhalten hier Unterstützung. Wir nehmen noch ein letztes Beispiel mit aus Information Governance. Da gibt es ebenfalls zwei Empfehlungen, die wir umsetzen können, und einmal mehr möchte ich das nochmals erwähnen. Wenn wir diese Empfehlungen umgesetzt haben, beispielsweise Automate Data Retention, wir haben eben das Thema Aufbewahrung schon angesprochen, wenn wir diese Empfehlung abarbeiten, erhöhen wir den Secure Score, und Sie sehen es auch hier nochmals, es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis der Secure Score sich verbessert hat oder beziehungsweise aktualisiert wurde. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn man so ein trockenes Thema wie Compliance mit Gamification spannend macht für die Generation der Clash of Clans. Genau, so sehe ich das auch. Oder was, Candy Crush? Ja, lassen wir das. Lassen wir das. Das wird ja jetzt hier einfließen, Microsoft hat ja Activision gekauft, und deswegen wird das ja demnächst dann ein Portal werden. Absolut, ganz genau. Ich bin allerdings bei Super Mario stehen geblieben, also ich weiss nicht, ob das noch zielführend ist, was ich jetzt noch sage. Nein, lassen wir das. Gut, der Compliance Manager und die Übersicht. Es gibt natürlich dann auch noch das nächste Register, das sind die Assessments. Das heisst, wir können hier unser Assessment zusammenstellen oder ein eigenes Assessment anlegen. Das Assessment ist nichts anderes als, dass wir im Prinzip auch wieder mit einer Art Baseline arbeiten, um, sagen wir mal, ein Grund, ja, Grund, kann man sagen, Grundstand der Information, ein Grundwissen vielleicht zu erarbeiten, ein Fundament zu erhalten. Aber wie setze ich denn dieses Assessment auf? Muss ich jetzt da auch wieder alles aus dem eigenen Ärmel schütteln, um die Informationen zu zusammenzutragen? Nein, es gibt auch hier, gibt es die Templates. Und ich glaube, ein Template, welches direkt da ins Auge springt, das ist wahrscheinlich dieses Template hier, EU GDPR ist da wahrscheinlich ein Template, welches da wahrscheinlich sehr schnell zum Einsatz kommen könnte. Also das einmal so ein kleiner Überblick zum Compliance Manager. Vielleicht bei diesen Templates noch ganz kurz. Es gibt ja noch andere, die da ins Auge fallen, ob das jetzt NIST ist, einfach aus der Data Security, IT Security Sicht oder auch das Thema ISO. Also viele Unternehmen beschäftigen sich mit einer 27.01 Zertifizierung. Auch dafür gibt es entsprechende Vorlagen, sodass man einfach hier vorarbeiten kann, in der vielleicht sogar sehr regional abgestuften Compliance-Klassifikation der eigenen Daten. Genau. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da hast du absolut recht. Was denkst du, wie fühlst du dich jetzt so nach einem ersten Überblick zum Thema Compliance? Ist es jetzt immer noch so abschreckend oder so trocken? Was denkst du? Es gibt halt einfach viel zu tun. Und ich glaube, dass viele Unternehmen da auch sehr leichtfertig, vielleicht waren aber auch gar nicht unbedingt bewusst leichtfertig, sondern es ging halt lange ohne. Und wir sind aber jetzt so schleichend an einem Punkt angekommen, wo man eben um das Thema Compliance nicht mehr so richtig drum rumkommt. Und trotzdem darf man sich eben von dem viel zu tun nicht abschrecken lassen. Jetzt haben wir die Gamification ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber es ist ja doch eigentlich, es ist ja eine To-Do-Liste. Und ich muss nicht alles auf einmal machen. Ich muss mich einfach da durcharbeiten. Ich kann mir natürlich Unterstützung auch holen, was die Umsetzung dieser einzelnen Punkte angeht. Ich kann den einen oder anderen davon auch in Frage stellen. Ich muss sie ja nicht stupide und stumpf einfach von oben nach unten durcharbeiten und sagen, muss halt sein. Weil trotzdem sollte man ja kritisch hinterfragen, was bedeutet das denn für mein Unternehmen? Was bedeutet es für meine Kunden und Lieferanten, für meine Mitarbeiter, wenn ich diesen Punkt, diese Empfehlung eben umsetze? Aber ich habe das eben schon mal gesagt, das ist einfach die deutlich bessere Alternative, als vor einem weißen Blatt zu stehen oder eben einen dicken Leitsordner mit einer ISO-Zertifizierung auf den Schreibtisch geknallt zu kriegen und sich dann da irgendwie durchhangeln zu müssen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, insgesamt eine relativ sinnvolle Vorgehensweise, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit rauszusuchen, was auf das eigene Unternehmen passt, was wie mit welchen Konsequenzen belegt ist und wo ich dann am Ende des Tages auch lande, wenn ich mich da durchgehangelt habe. Genau, ganz genau. Und du hast es angesprochen, und es muss ja nicht so sein, dass man einfach stumpf oder, ja, wie soll ich sagen, so fixiert einfach mal diese Liste durcharbeitet. Überhaupt nicht, sondern es geht ja auch darum, dass man selber im Prinzip indirekt auch gleich eine Art Schulung durchführt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmals das Beispiel Data Loss Prevention, da sind jetzt diese fünf Vorschläge, die das Portal uns da zeigt. Und es geht ja auch darum, beispielsweise einmal zu verstehen, eben, was ist denn eigentlich genau jetzt dieser Vorschlag? Da steht, Use Default DLP Policies for US Personally Identifiable Information Data. US Personally Identifiable Information. Interessiert mich jetzt das direkt? Wahrscheinlich eher weniger. Aber vielleicht interessiert mich dieser Punkt mehr, oder wenn es dann vielleicht um persönliche Daten geht, also es geht einfach mal darum, die Vorschläge anzuschauen und dann einfach versuchen zu verstehen, was müssen wir denn eigentlich machen? Weil wenn wir auf diesen Vorschlag klicken, dann erhalten wir ja die weiterführenden Informationen. Und dann sehen wir auch die Auswirkung von diesem Vorschlag auf unsere Organisation. Und ich glaube, das ist doch, um was es geht. Da sehen wir die entsprechenden Informationen. Also es geht darum, den Vorschlag zu verstehen. Es geht darum, das Wissen, was man hier erarbeitet, einzusetzen, um die Organisation, seine eigene Organisation besser kennenzulernen. Und Sie sehen, es gibt da weiterführende Informationen. Es geht zum Testing, es geht zu Standards und Regulations. Wir können das Ganze hier aufrufen. Und dann noch die Dokumente, falls Dokumente vorhanden sind, oder wir Dokumente hochladen wollen. Also ich glaube, es ist auch hilfreich, dieser Compliance-Manager im eigenen Lernprozess. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich schon ganz, ganz genauso. Und wie ich es eben schon gesagt habe, dieses Thema auseinandersetzen, einfach mit den eigenen Daten kennenlernen. Was fliegt denn da eigentlich alles in meinem Tenant rum? Das kann schon viele, viele Leichen aus dem Keller befördern. Und dementsprechend sollten wir uns damit schon auseinandersetzen. Und trotzdem, vielleicht nochmal, Tom, du hattest, glaube ich, noch ein Beispiel zum Thema PowerShell. Absolut richtig, ganz genau. Hätte ich doch beinahe vergessen, so in der Euphorie zu diesem Thema. Gut, vielleicht ein kleiner Vorgeschmack, was wir Ihnen auch in anderen Sessions zeigen werden, damit Sie mal das Compliance-Center auch in Aktion erleben können. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Organisation und Sie schreiben sehr viele Dokumente, wo Konfigurationsschritte beschrieben sind. Diese Konfigurationsschritte, die Sie bei Ihren Kunden umsetzen, die sind ein Wissensgut. Und Sie wollen nicht, dass dieses Wissensgut die Firma verlässt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mit einem sogenannten Sensitive Infotype arbeiten. Stellen Sie sich diesen Sensitive Infotype einfach als eine Art, sagen wir mal, Markierung oder ein, es ist nicht ein Label, aber stellen Sie sich einfach vor, als ein kleiner Container mit Informationen darin enthalten, dass eben zum Beispiel PowerShell-Commandlets erkannt werden können. Wenn ich es technisch ausspreche, dann habe ich nichts anderes als Regex, Regular Expressions, habe ich konfiguriert. Aber ich möchte da gar nicht allzu technisch werden. Ich rufe da mal meinen Sensitive Infotype auf. Den habe ich ganz einfach benannt PowerShell-Commandlets. Darin enthalten sind eben die technischen Funktionalitäten, also diese Regular Expression, um eben PowerShell-Commandlets zu erkennen. Wir verwenden diesen Sensitive Infotype und zwar direkt. Wir testen das Ding. Wie funktioniert das ganz genau? Ich habe den Sensitive Infotype markiert. Hier haben wir eine Testfunktion. Klicke auf Test. Ich werde jetzt eine Datei hochladen. Diese Datei heisst ganz einfach PowerShell-Underline-VM. Ich habe ein Word-Dokument erstellt und mittels Copy-Paste vom Azure-Dokumentationsportal Inhalt hinein kopiert, der beschreibt, wie eine virtuelle Maschine angelegt wird mit der PowerShell in Azure. Also da werden PowerShell-Commandlets enthalten sein. Und jetzt testen wir, ob unser Sensitive Infotype das erkennt. Ich klicke auf Öffnen und jetzt wählen wir Test aus. Und genau um das geht es. Nicht nur Kreditkarten-Nummern oder so ähnliche Sachen, sondern stellen Sie sich vor, Ihre Organisation verwendet für die Angebote, die Sie Ihren Kunden versenden, immer einen gleichen Aufbau. Zum Beispiel Angebot und dann kommt die Nummer oder wenn Sie Rechnungen schreiben oder wenn Sie Verträge ausstellen. Die Verträge beginnen immer alle gleich, weil Ihre Auftragsbearbeitungssoftware erzeugt diese Vertragsnummer immer gleich. Genau das können Sie verwenden. Und das können Sie in einer Regular Expression festhalten. Und schauen Sie mal, das ist das Resultat. Mein Sensitive Infotype hat erkannt, dass in diesem Dokument PowerShell-Anderlein-VM-Doc-X sind eben PowerShell-Commandlets enthalten. Und ich will jetzt nicht, dass dieses Dokument einfach abfliesst, einfach die Organisation verlässt. So kann man das mit Verträgen, mit Rechnungen, mit Angeboten. Ja, ich glaube, Sie haben die Idee erhalten, wie das eingesetzt werden kann. Und dieses Beispiel mit diesem Sensitive Infotype, das werden wir dann in einer nächsten Session noch weiterziehen, weil man kann dann diese Sensitive Infotypes beispielsweise auch in Data Loss Prevention integrieren. Also so, dass Sie vielleicht jetzt ein kleines Amuse-Push erhalten haben und bereits jetzt schon gespannt sind auf die nächsten Sessions. Patrick, hast du das angesprochen? Das habe ich gemeint, dass wir einfach hier nochmal was auch immer Französisches du da gerade von dir gegeben hast, gegeben für das Thema. Es ist eben nicht nur dieses klassische Oh, eine Kreditkartennummer. Und wenn du das nochmal zumachst und vielleicht auch deine Suchabfrage da rausnimmst, da gibt es dann so die ABA Routing Numbers, wo ich mir denke, okay, wenn wir jetzt auf Bankleitzahlen filtern, da geht kein Dokument mehr rein oder raus. Auf jedem Briefbogen steht irgendwo sowas drauf. Da der erste Eintrag. Also das ist einfach wichtig, darüber nachzudenken, was kann ich mir dann selber bauen an Infotypes, die sich auf meine Organisation, auf mein Unternehmen beschränken und dort eben spezifisch Dokumente, die bei mir entstehen oder reinkommen und nicht wieder raus dürfen oder was auch immer, wo es eben besonders schützenswertes Material gibt. Wie kann ich das klassifizieren? Wie kann ich das System erziehen, diese Dokumente zu erkennen, nicht mit irgendeinem windigen Machine Learning, sondern eben ganz, ganz klassisch mit einem regulären Ausdruck. Ja, da haben auch schon einige Leute ihre Haare drüber verloren, aber es ist trotzdem, es ist ein sehr, sehr mächtiges, nicht du, Tom, es ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug für das Thema Texterkennung, für das Erkennen von Patterns in entsprechenden Dokumenten und wir haben eben hier über das Portal, über den Compliance Manager die Möglichkeit, diese regulären Ausdrücke dafür zu verwenden, eben firmenspezifisch unternehmensspezife Staaten zu erkennen und dann so damit umzugehen, dass es eben auch wieder für mich, für mein Unternehmen Sinn macht. Genau, das ist ein super Hinweis. Es geht wirklich darum, das Ganze aufzubauen für die eigene Firma. Mich interessieren nicht die australischen Passportnummern oder die australischen Drivers License. Ja, okay, sicherlich interessiert das jemand, aber es ist genau das. In Australien wahrscheinlich. Ja, genau, in Australien. Aber, das ist eben das, was immer rüberkommt, das wird ja oftmals immer vermittelt, eben nur diese Kreditkartennummer oder nur diese amerikanische Social Security Number, das ist ja alles in Ordnung, aber sorry, das interessiert mich doch hier nicht, da wo ich bin, ich interessiere mich für meine Organisation und das ist glaube ich das, was wir hier gezeigt haben, da können wir selber ansetzen und das ist unser, ich denke, ich darf da auch im Namen von Patrick sprechen, das ist unser Auftrag, Ihnen das zu zeigen. Wie kann ich das für die eigene Organisation umsetzen und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, hey, das ist wirklich super hochspannend. Dann würde ich sagen, damit haben wir hoffentlich einen Vorgeschmack liefern können, dass eben das Thema Compliance, auch wenn es extra kostet, trotzdem nicht ganz so trocken ist, wie das Wort vielleicht dem einen oder anderen geläufig sein mag, dass wir viele spannende Chancen haben, unsere eigenen Daten kennenzulernen, besser kennenzulernen, besser damit umzugehen, zu wissen, was man mit dem einen oder anderen Dokument machen oder auch besser nicht machen sollte und werden uns dann eben auch in den nächsten Folgen damit auseinandersetzen, Dinge zu konfigurieren wie eben Verschlüsselung von Dokumenten oder eben zu verhindern, dass gewisse Dokumente irgendwelche Barrieren des Unternehmens überschreiten, an Menschen rausgehen können, die sie vielleicht doch besser nicht haben sollten und so weiter und so fort. Vielen Dank, lieber Tom, für diese tollen Einblicke. Vielen Dank dir, Patrick, für deine super tollen Informationen. Also, ich weiss nicht, wie es dir, wie es Ihnen geht, und ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen. In diesem Sinne, bleiben Sie uns treu, lassen Sie uns Kommentare da, falls es Fragen gibt, abonnieren Sie den Kanal mit Glöckchen, selbstverständlich, auch wenn Weihnachten rum ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.